Hören Sie Lisette Oropesa. Hier in der westlichen Welt sehen wir ja gar nicht viel von der Verwüstung, die Aids anrichtet. Besonders in Afrika. Wir können froh sein, in Ländern zu leben, wo wir Zugang zu Medikamenten und Ärzten haben. Millionen von Menschen haben das nicht. Das ist ein Weg, mit unseren bescheidenen Mitteln etwas zurückzugeben. Wir, die wir das Glück haben, Künstler zu sein. Wir geben das, was wir geben können. Denn Kunst und Musik inspirieren Menschen. Sie spenden Trost und Freude. Es ist ein Versuch, die Hand auszustrecken und ein Bewusstsein dafür zu zeigen. Das macht hoffentlich einen Unterschied. Das macht man ein k Zhenz. Das macht die Musik inspirierende, die Frau an der Bühne zum Aufholen. Die Frau an der Bühne zum Aufholen. Am Ende des Bühne zum Aufholen. Die Frau an der Bühne zum Aufholen. Die Frau im Eiffeln, dass sie die dangere in der Bühne zum Aufholen. Das ist ein Environmental sheil, die Frau aufhören. Musik Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.